So, wunderschönen guten Tag ihr Lieben, herzlich willkommen, dass ihr es wieder eingeschaut habt zu einem neuen YouTube Video. Jeden Morgen heute war etwas richtig cooles, schon seit Wochen ein bisschen geplant, der Auftrag, jetzt hat es ja mal geklappt. Wir bereiten auch noch das Auto gerade vorne für die Automesse, da kriegt ihr noch mal ein kleines bisschen Aufbereitung und dann sieht man das Auto, oder hat man das Auto auch gesehen auf der Automobilmesse. Wovon rede ich? Ich rede von einem schönen VW Arteon mit einem Luftfahrwerk und der Kunde hat das Problem, dass wenn man das Auto auf 0 bar runterlässt, dass die rechte Eindruckswelle recht dick ist und dann liegt die Eindruckswelle am Rahmen an und dann steht das Auto nicht ganz gerade auf 0 bar, steht ein bisschen schräg und wenn man natürlich das Auto nicht so tief hat, dann ist es halt ungleich von der Tiefe her und im Auge des Betrachters nicht so schön. Wenn wir jetzt hier schauen, ist die Felge nahezu bündig und wenigstens ein bisschen weg. Die Typen haben halt das Problem, jetzt ist die Felge halt nicht weg. Seht ihr das? Es ist nicht viel, aber wenn man halt wirklich dann genau darauf achtet, ist es dann schon ein bisschen ärgerlich, wenn es dann nicht ganz unten ist, wenn man schon die Möglichkeiten hat. Und dazu kommt noch, dass es hier wirklich alles knirsch am Kohlflügel vorbeigeht. Da hat man schon gestern den Dent Wissertmann im Haus, der drüben den Kohlflügel, weil es war mal nicht ganz kundropotent gerade, als der Kunde das Auto mal runtergelassen hatte. Und da hat man hier, muss man trotzdem auch noch so eine kleine Welle, die jeder schon mal rausgedrückt hat. Fällt fast gar nicht auf. Und die drüben waren da richtig knirscht, da war es schon ordentlich wellig, der ganze Spaß. Und dann hat der Dent Wissertmann das wieder hingezaubert. Und dementsprechend versuchen wir dann auch mit Univalt umlagern, die ganze Sache ein Stückchen reinzukippen, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Platz bekommen. Müssen wir aber auch auf achten, mein Luftbalk, dass wir da nicht gegen das Innenradarhaus kommen, also es wird ein bisschen interessant werden auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sind jetzt alle auf die Bühne, dann gucken wir uns die neuen Teile an und dann schauen wir, was passiert. So, hier ist die Welle. Wir haben nämlich hier einen Sechsgang DSG. Ja, ist ein Sechsgang, glaube ich. Und er hat halt eine richtige Welle rechts. Und es gibt eigentlich keine dünne Welle, aber ich habe mich ein bisschen aufs Internet gestülpert und habe dann halt die Welle jetzt nach Bildern gekauft, dass sie dünner ist. Also müssen wir mal gucken, wir haben jetzt ausbauen, wie viel dünner sie eigentlich wirklich ist. Aber wir hätten, na gut, messen hätten wir jetzt nicht vorher können. Und dann sieht es dann ein bisschen dünner aus. Univalt Umlager. Wir haben jetzt hier einen HP Drivetec verbaut. Das ist aber eigentlich mit Bildstein-Dämpfern und das Luftfahrwerk. Ich glaube, das war ein HP Drivetec Luftfahrwerk. Und da haben wir jetzt auch schon ein Univalt Umlager, aber nicht mit Sturzverstellung. Und da bin ich mal gespannt, was da jetzt noch bei rumkommt. Also soll es nicht so ein übelstes Erklärbär-Videos werden. Es soll eigentlich nur ein Video werden, wo ihr jetzt mal gucken könnt, wenn ihr so ein Auto habt oder allgemein so eine Plattform habt, was bringt eigentlich diese Sache Univalt Umlager. Weil bei einem Gewindfahrwerk hast du natürlich eine schmale Feder, wo du das auch nicht reinkippen kannst, um es trotzdem zu bekommen. Aber bei einem Luftfahrwerk hast du halt diesen Luftband, der sich ein bisschen breiter macht. Und dann hast du halt vielleicht dann die Probleme, dass wir gar nicht mehr rein können. Und vielleicht ist das sogar eine sinnlose Investition. Weil die Kosten ja auch. 100 Euro. Nicht teurer. Nicht teurer. Es gibt von Airlift welche, da kostet jetzt ein paar, nein, da kostet jetzt das Stück 300. Die kostet jetzt ein paar 300 Euro. Wenn wir auf der Seite. Und die Weltelze habe ich auch 300 Euro. Die gibt es auch von verschiedenen Herstellern, oder? Genau. Vertrauen ja auch welche. Wir haben jetzt zum Beispiel beim Dome Sam Seat, der hat ja das Low-Take Mega Low drin, da haben wir jetzt einen Teller gefräst. Dass der Teller hier, der hier dran ist, in den Teller passt von dem Low-Tech Fahrwerk. Dann ist die wie aufgedreht, dass das reinpasst. Und... Wie bitte? Was der Dome für welche? Auch die. Auch die. Die haben wir halt umgebaut auf das Low-Tech Fahrwerk, weil da braucht man ja Sturz. Und bei Low-Tech gibt es ja nur die mit dem festen Mehrgrad-Sturz. Und da habe ich jetzt den Federteller, das kommt hier so dran. Dann wird das hier reingebaut. Und hier sitzt das in dem Luftverwerk drin, dass das halt da gestützt ist. Und bei Dome sitzt das dann jetzt hier in dem Federteller drin. Jetzt die wie mir so gedreht hat mit einer kleinen Nut dran, dass das hier reinrutscht und sich dann halt auch nicht weggewegen kann. Die Lager drinne kannst du einzeln immer austauschen. Weil es ist nicht immer so langlebig, weil du hast ja hier kein Gummi, was irgendwas dämpft. Da hast du halt immer die Schläge dann auf dem Lager. Das sind meine immer gefettet. Immer Fett drin. Genau. Hilft auch, aber irgendwann ist es dann halt auch vorbei. So, ich würde sagen, wir gehen mal schnell hoch, ich mach die Räder an. Guck mal. Ja gut. Möchtest du schnipsen? Das war einem anderen wieder ganz cool. Ich schnipse einfach. Ja. Geile Meile, ey. Warte mal. Die Länge her, doch passt. Bisschen kürzer sieht sie fast aus, oder? Ja. Kürzer ist sie auch noch. Guck mal. Das ist schlimm. Eigentlich nicht. Tieferaut ist sogar schöner. Bisschen kürzer ist. Ja, wenn die sie noch ein bisschen rausziehen. Ja. Das geht schon. Das geht schon. Die Schraube nehmen wir natürlich nicht. Dann nehmen wir eine schöne originale Schraube wieder. Na perfekt. Verzeihung sieht es mir irgendwie anders aus. Was ist das? Aber ich habe die Länge verglichen. Was ist das? Sieht irgendwie dünner aus, oder? Das kommt mir nicht so vor. Wir machen jetzt mal hier so ein Check, Check. Ne, passt. Dann nur ein bisschen länger, aber sieht nicht schlimm. Hier ist Gewinde, bis das Rinder geht. Und hier nicht. Ah. Ja. Guck. Das Gewinde ist ein bisschen lecker. Geil, ey. So was müssen wir noch machen mit einem schönen Masquerade? Das ist schon ein Unterschied. Das ist schon schön. Das ist schon ein paar Zentimeter. Das ist für ein Messschieber gesehen, Max? Ja. 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 Ich hab jetzt hier drauf gepocht, dass sie aplanscht. Aber hier, da haben sie statt den Sprengring den reingemacht und mal gucken ob sie jetzt vielleicht reing聽 soll. Ich weiß nicht, dass es da passt, ich kann sie sich nochmal gegenüber halten, ne ich will mir schon einen stück têm. Wir haben gerade echt mit zwei Hebeln und gewirkt und macht. Da hast du mal ein bisschen Angst und meist auch schon mit Dünnschitz in der Hose, weil da hängt ja auch so ein ganz günstiges Getriebe drin. Weil wenn du einmal zu doll hebelst, dann bricht man so ein bisschen Alu weg. Leute! Leute! Mike hat es gerettet. Die ist halb Meter länger. Wer? Die Stühle. Die Stühle ist länger. Die ist auch krumm gewesen meiner Meinung nach. Die war ja halb drinnen, die Verzahnung. Soll ich da nicht reinflatschen? Das ist aber ein zichter Rüttel raus. Aber guck mal, das ist doch dasselbe. Nein, die war da viel. Hier sind die zwei Stinger. Das ist die neue hier. Das ist die alte. Von der neuen Welle. Von der neuen Welle meine ich doch. Ja genau. Weil die habe ich auch schon gehört, dass die nicht rausgegangen sind. Ich habe jetzt überlegt, ob ich es erstmal so reinstecke. Aber wenn es da drinnen steckt, bin ich auch froh. Aber guck mal, das kann man nicht nehmen. Die klotzt gleich hier richtig drüber. Die klotzt auch nicht so viel drüber wie die hier. Aber die ist ja bestimmt verbogen. Die kriegst du nämlich zusammengedrückt. Ich tausche gleich einmal über die Gelenke hier hin. Passt doch nicht. Doch, das geht mir auf die Nüsse. Mach doch mal ohne rein. Mach mal ohne rein. Ja, ich muss ihn wieder runterkriegen. Ich spruch dir mal. Maiko, weil hier versinkt der viel mehr. Oder täusche ich mich? Ne, hier ist er auch drauf. Ich habe ihn jetzt heute ein bisschen aufgebogen. Aber kannst du ihn nicht einfach wieder rund biegen? Na ja. Und danke dir noch in solchen Momenten das Telefon. Du bist hier völlig am schwitzen. Hast du jetzt drauf oder nicht? Ne, ich mache das jetzt mal ohne rein. Ich werde mal gucken, wenn die hier mit der Verzahnung verhält. Das klang jetzt gut. Das ist auch gut. Nein. Jetzt haben wir einen leichter Gummi mit... Ich tausche das in. Der Gummi haben wir nicht getötet. Die andere ist rausgepeilt förmlich. Ja. Das geht so gut. Sagen wir ins Augengrund. Ja, ja, ja. Trina, Trina. Kleines. Ich wollte jetzt gerne einen richtig bösen Ausdruck sagen. Ne, wir haben es doch wahrlich. Delfinisch. So, jetzt passt auf, jetzt passt es hier vorne nicht. Günther Gonslopoulos. Nein, wir sind jetzt optimistisch. Das ist einfach nur die Bestrafung. Weil Niklas mich gefragt hat, geht das schnell? Wollte ich, na klar. Junge. Schnippst du mit den Fingern, dann geht das. Bam, bam, bam. Ha, 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 ha. Stellst du dir an wie der erste Mensch hier. Hast du schon mal sowas gemacht? Ah, nee. War nicht gleich so. Welle geschnackelt. Warum hast du es eigentlich nicht gleich so gemacht? Hätte ich ja sagen können, dass irgendwas, was man irgendwo bestellt, passt. Das ist wie mit dem Ausdruck nachgehessen soll, wie der sieht. Ich trage mich aber nicht vor, was es mit dem Hersteller ist. Das soll für einen BMW E46 sein. Also, selbst wenn das ein Blinder konstruiert hätte, hätte der mitbekommen, dass es nicht passt. Das ist einfachste Erklärung dafür. So ist mein Werkzeug. Max, ich brauche mal bitte einen Drehmomentschlüssel. Eingestellt auf 100 Newtonmeter. Ah, ich bin ja ein bisschen beruhigt, bin ich jetzt. Ein bisschen. Wunderschön. Mike ist richtig bei Facebook unterwegs. Mike ist richtig bei Facebook unterwegs, gell? Bei so einer wilden Gruppe hier. Wie heißt die Gruppe? Ich habe es vergessen. Ford Tuners. Nee. Äh. Aber wie macht es hier? Wenn es ausfällt. Ja, da schreiben andere Schrauber hier in Weigsheim-Alter, denke ich mal. Oh, verkehrt rum. Da schreiben die hier Fahrzeugprobleme rein. Schrauber, Schrauber, wie nennen sie sich? Ach, Schrauberrabauken oder irgend sowas. Richtige Rabauken. Richtige Rabauken. Da sitzt Mike hier stundenlang abends. Vorm Rechner vorne. Wie hält sich Mike? Wie hält sich Mike? 45. Wie hält sich Mike? Anfang 50 ist Mike. Anfang 30. Anfang 30. Er fühlt sich wie 30. Jetzt sitzt Mike mit Anfang 30 vorne vor Facebook. Also muss er aufpassen, er ist auf Jagd. So Leute, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Dabei ist hier schon schön ausgeschnitten, gell? Ja, schon schön. Eigentlich original. Platz wie Sau. Aber die Koppelflang ist auch extrem lang, gell? Ja, ich weiß. Die ist hier lang. Wie schön die Welle ist drin. Ich freue mich echt. Hier, Max? Ja. Machst du das noch mal mit? Ich schiebe die auch rein, damit du richtig sitzt. Ja, ja. Schiebe die rein. Hä? Wenn wir jetzt hier hoch gucken, haben wir echt noch viel Platz. Weil viel breiter wird der Luftbalg nicht. Mal gucken, wir könnten, glaube ich, echt gut reinkippen die ganze Nummer. So, ich kann jetzt hier mal die Lampe so halten, da kannst du mal hoch filmen. Damit ihr das auch seht. Hier oben. Wenn wir jetzt hier rein kippen, den Luftbalg, viel breiter wird er nicht. Wir haben jetzt hier richtig noch Druck drauf. Und da sollte das dann alles funktionieren, dass das passt. Okay, ich habe jetzt hier schon Koppelstange gelöst. Ich gehe jetzt nachher mal runter, mache den Luftbalg drucklos. Und dann mache ich, wir lassen das Auto E-Brande runter. Mache ich oben Domlager locker. Lasse den Kollegen dann ein Stück runter. Schraube dann den ganzen, das originale Lager ab. Oder das nicht einstellbare Uniballlager. Und dann, ähm, kann man diesen reinführen. Ich gehe raus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber es ist sehr schön, dass die Kunden nicht wissen, was sie verbaut haben. Da muss ich gucken, dass die Uni-Bahn... Also wir haben jetzt schon mal wieder verbaut, Leute. Da sind dieselben Uni-Bahn-Dummlager verbaut, seht ihr das? Da sind die Einstellschrauben da hinten. Aber wir müssen trotzdem jetzt einbauen und reingrippen. Also müssen sie sich auch, müssen sie jetzt nur lösen, nach unten hängen und nach hinten schieben. Super. So, ging mehr schlecht als schlecht oder wie auch immer man es so nennen mag. Wir haben es hinbekommen, ich war jetzt mal ein Stück vor. Mal gucken, ich glaube, es ist fast zu viel Sturz, also von der Optik her. Mal schauen, was es auch nicht aussieht. Also es sieht jetzt auf alle Fälle zu vorne und hinten gleich aus. Finde ich gut, jetzt sieht er... Jetzt ist das überraschend, alter Verwalter. Jetzt hat er, glaube ich, das, was er haben wollte. Also ich glaube, das musste nicht nochmal umbauen. Geil, ey. Und noch beide Seiten gleich. Er hat nämlich hier, er kam wirklich an... Oh, hier, Jan, guck mal. Laun-Orteon hier, da hat sich Felge versenkt. Wie macht denn der das? Ich glaube, wir müssen, die Bälle müssen wir gucken und nach dem Unibald rumlagen, wenn du gerne hast. Nee, nee, ich hab keine. Und meins, meins, dann haben wir eh schon... Und wenn ich ihn jetzt nachher anrufe und sage, ey, Digger, du hattest schon welche, dann freut er sich erst recht. Krass, hätten wir mal ein bisschen müssen, aber gut, okay, dadurch, dass es jetzt oben mal da reinkippt, ist es optisch jetzt nochmal tiefer, gell. Ist halt wie bei Nies for Speed, Leute. Können wir gucken, wie es aussieht. Und... Aber er ist jetzt echt... Ich messe mal vom Schweller da unten, ich mach mal meinen kleinen Zollstock. Ah, sieht schon brutal aus, ey. Wird dann, glaube ich, fein, dann wird alles noch schwarz werden. Felgen schwarz, alles schwarz werden. Nee. Nicht? Nee. Wärst du? Nee. Gut, die Felgen werden nicht, aber da alles andere. Nee. Der Kronenraum, ich mein, ich mag das nicht mehr, so irgendein Dingskram schwarz ist. Und Boden haben jetzt genau 61. Wir sind für den Akku-Watt radige Fließtum gemacht. Luftdruck ist auch links, rechts, A genau gleich. Und wir sind Hage dabei in 61. Also gut, was gebracht auf jeden Fall. Perfekt. Perfekt, ey. Ich denke mal, so kann das Ding auf der Messe stehen. Wir lassen den Holz noch mal drüber schrubben, damit das Ding richtig schön pieklobelle ist. Dann machte ich das noch mal in schön saftigen Formen, wie das Ding hier im Dreck liegt, ey. Mega fett, geil. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, wenn ihr auch überlegt, ob auf Uniball oder nicht. Guckt vorher, ob Uniball-Domlager verbaut habt, da könnt ihr euch das Geld sparen. Und ansonsten, die Welle hat auf jeden Fall aufs gebracht. Habt ihr auch gesehen, vorher bleibt es da an. Jetzt sind wir ja anderthalb Zentimeter dadurch schon mal tiefer. Und das ist Alexandra. Eine neue Brille. Ja. Hast du schon mit? Nein. Ich habe das. Echt? Cool. Aber jetzt was machen wir. Was hast du? Eigentlich nicht. Hornbrille. Hä? Hornbrille. Zeig mal, hast du ein Bild? Hast du ein Probestück mit zum Probeprobieren? Ohne Gläser? Alter, das ist ein Tiefraum. Wirklich? Du hast einen Kunden, wollte ich dir eigentlich mal sagen. Krass. Also der gefällt mir ja wirklich, gell. Kann man ihn so eins machen? Hier ist ein Polo. Ja, der ist schön. Hier. Wie wenn sie irgendwo mit der Motorhaut, wo du vergrinst. Zum Polo. Du hast einen Kunden, der wartet vorne. Der traut sich nicht rein wegen dem Ding hier. Wir sind ja fertig. Achso, ja wir sind fertig. Ich gebe Abhängen. Boom. Ich gebe Abhängen. 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 Vielen Dank.